Wird es endlich Zeit für einen Neustart? Diese verräterischen Anzeichen weisen darauf hin. Willst Du wissen, wie lange Du noch ausharren musst in Deinem Ist-Zustand? Wie lange es noch so unbefriedigend, turbulent oder nervenaufreibend weitergehen soll für Dich? Wie viele Tage Du noch warten musst, bis endlich, endlich eine Besserung Deiner Lage in Sicht ist? Dann haben wir heute gute Nachrichten für Dich. Das Leben schickt uns nämlich Zeichen, bevor es in den nächsten Gang schaltet und für einen gelungenen Neustart sorgt. Woran Du erkennen kannst, dass sich schon bald etwas zum Besseren für Dich wenden wird, erfährst Du in unserem heutigen Podcast. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Der Ist-Zustand wird unerträglich Wir hoffen, Dir mit dieser Erkenntnis ein wenig Trost spenden zu können, falls Du Dich gerade an einem solchen Tiefpunkt in Deinem Leben befindest. Es gibt Phasen, die uns alles, wirklich alles abverlangen, was wir an Kraft, Geduld, Nerven und Ausdauer aufbringen können. Manchmal, so scheint es, geht alles gleichzeitig in die Brüche und niemand ist zur Stelle, um uns zu helfen. Wir erleben schlaflose Nächte, bange Tage, leiden unter körperlichen Schmerzen und die Angst vor der Zukunft ist allgegenwärtig. Wenn Du Dich hier wieder erkennst, können wir Dich beruhigen. Du befindest Dich in einer Talsohle und der Aufenthalt dort, so schmerzlich er auch sein mag, ist lediglich die Vorstufe zur Besserung. Die dunkelste Zeit der Nacht ist immer unmittelbar vor der Dämmerung. Vergiss das nicht! 2. Zukunftsgedanken schicken Dich auf eine Achterbahn der Gefühle Wenn wir nicht wissen, wie es für uns weitergehen soll, ist Zukunftsangst unser ständiger Begleiter. Das ist ganz normal und natürlich, aber es sollte nicht allzu viel Macht über unser Denken, Handeln und Fühlen erlangen. Interessant wird es allerdings, wenn sich zu dieser Angst eine seltsame Vorfreude dazu gesellt. 3. Wechseln sich Euphorie und Vorbehalte, Optimismus und Pessimismus ständig ab und schicken Dich auf eine regelrechte Achterbahn der Gefühle, dann wird sich bald alles zum Guten für Dich wenden. Ein Gefühlschaos ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand, der es gut mit Dir meint, für Veränderungen sorgt. Da unsere Emotionen mit unserer Intuition verbunden sind, erfahren sie sofort, wenn die Dinge im Umbruch sind. Unser Verstand und der Rest von unserer Wahrnehmung kinken ihr stets ein wenig hinterher. 3. Du wünschst Dir Ruhe und Harmonie Manchmal fliegt uns unser ganzes schönes Leben regelrecht um die Ohren. Kein Stein bleibt auf dem anderen und wir müssen an allen Ecken und Enden Feuerwehr spielen, um nicht unterzugehen in diesem Chaos, das einmal unser Leben war. Wenn Du Dich mit solchen Umständen konfrontiert siehst, willst Du wahrscheinlich nur mehr eines, Ruhe. Du sehnst Dich nach einer Phase der Entspannung und bist bereit, nahezu jeden Preis dafür zu bezahlen, nur damit Deine Seele Frieden finden kann. Turbulenzen sind in einem Menschenleben immer ein Garant dafür, dass der nächste Level angepeilt wird. Wir werden erst noch einmal ordentlich gebeutelt vom Schicksal, bevor wir den Lohn für unser Durchhaltevermögen und all die damit verbundenen Mühen erhalten. Dranbleiben lohnt sich jedenfalls, auch wenn es uns manchmal unsagbar schwerfällt. 4. Synchronicitäten und glückliche Zufälle Sie sind zweifellos die Klassiker unter den himmlischen Zeichen. Und wer weiß, worauf er achten muss, wird jeden Tag einen solch göttlichen oder universellen Fingerzeig in seinem Leben entdecken. Synchronicitäten sind sozusagen direkte Botschaften von ganz oben. Die höheren Mächte schicken sie in Form von Engelzahlen, weißen Federn, Geldmünzen und glücklichen Fügungen auf die Welt, um uns in Sicherheit zu wiegen. Jedes dieser Zeichen soll uns Hoffnung geben und uns zuversichtlich in die nahe Zukunft blicken lassen. Wenn Du aufmerksam durch Deinen Alltag gehst, wirst Du immer mehr von ihnen entdecken. Achte auch auf tierische Begegnungen, interessante, auffällige Naturphänomene und perfektes Timing. Hinter all diesen bemerkenswerten Zufällen steckt kein geringerer als unser Schöpfergeist. 5. Du weißt nicht, was Du möchtest und wie es für Dich weitergehen soll Dieser letzte Punkt mag Dir wenig plausibel erscheinen. Aber glaube uns bitte hier und jetzt, totale Verwirrung kann auch etwas Gutes sein. Nur die wenigsten Menschen haben einen Masterplan zur Hand, der minutiös und punktegenau ihr Leben beschreibt. Natürlich ist es sinnvoll und klug, sich Ziele zu stecken und eine ungefähre Marschrichtung vorzugeben. Aber die höheren Mächte haben vielleicht andere Pläne für uns. Und wenn diese kurz vor der Umsetzung stehen, werden wir erst einmal mittels kompletter Irritation und Überforderung aus dem Spiel genommen. Wir müssen loslassen, damit Gott und das Universum ans Werk gehen können. Tun wir das nicht freiwillig, denn die menschliche Willenskraft ist bekanntlich nicht zu unterschätzen, dann werden wir eben so lange abgelenkt, bis alles zu unserem Besten geregelt werden konnte. Unser heutiges Fazit Jede Veränderung kündigt sich an, also bleib wachsam und optimistisch. Wir können leider nicht immer nur die guten Zeiten feiern in unserem Leben. Manchmal müssen wir Krisen und finstere Phasen durchmachen, damit es anschließend wieder aufwärts gehen kann. Aber das Schicksal ist ein fairer Spieler. Er schickt uns Zeichen, die uns hoffen lassen. Dank ihnen wissen wir, dass sich das Blatt schon bald wenden wird. Das kann manchmal sehr verwirrend sein und in totaler Konfusion enden. Wir sehen praktisch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann gibt es Gott sei Dank die verlässlichen, himmlischen Zeichen von direkt ganz oben, auch als Synchronicitäten bekannt. Ihre Botschaft lautet stets, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Aber auch dein Wunsch nach innerem Frieden und ganzheitlicher Harmonie kann ein Hinweis darauf sein, dass du den höchsten Level im Spiel des Lebens anpeilst. Deine Emotionen geraten außer Rand und Band, wenn du an die Zukunft denkst. Vorfreude mischt sich dann nämlich gekonnt mit Angst und Unsicherheit. Aber das wahrscheinlich deutlichste Indiz dafür, dass es so nicht mehr weitergehen kann, ist ein Leben in einem Zustand, der kaum mehr auszuhalten ist. Wenn es unerträglich wird, kannst du davon ausgehen, dass du nicht mehr lange in dieser Hölle ausharren musst. Es wird immer schlechter, bevor es besser werden kann. Dein Leben geht dann sozusagen in die Knie, damit es Schwung holen kann für den Absprung, der unmittelbar bevorsteht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!